Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs lenken. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Lenkt, lenkte, hat gelenkt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich lenke. Du lenkst. Er lenkt. Wir lenken. Ihr lenkt. Sie lenken. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich lenkte. Du lenktest. Er lenkte. Wir lenkten. Ihr lenktet. Sie lenken. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gelenkt. Du hast gelenkt. Du hast gelenkt. Er hat gelenkt. Wir haben gelenkt. Ihr habt gelenkt. Sie haben gelenkt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich lenke. Nun folgt der Konjunktiv 2. Nun folgt der Konjunktiv 2. Lenke du. Lenken wir. Lenkt ihr. Lenken sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb lenken. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.